Zu bestimmten Ereignissen, zu bestimmten Anlässen bereiten wir uns sehr gründlich vor. Wir planen genau, was wir mitnehmen werden, wie wir die Dinge einpacken, die wir dann brauchen werden, wie wir uns kleiden, wie wir den Weg gestalten, all diese Dinge. Und im ganz normalen Alltag bereiten wir uns auch auf den Ablauf des Tages vor. Vielleicht sorgst du für andere, die in deiner Familie sind, dass sie vorgesorgt haben für die Dinge, die sie heute brauchen werden. Als ich jetzt kürzlich Bibel gelesen habe, da blieb ich an einem Satz hängen, der genau in dieser Richtung gedacht ist, aber er ist nicht für das äußere Versorgen gemeint, sondern eher für den inneren Menschen. Da habe ich gelesen, nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Was hast du heute Morgen vielleicht als allererstes eingepackt? Welche Nachrichten hast du als allererstes aufgenommen? Welche Worte hast du im Gepäck heute mitgenommen? Nachrichten? Vielleicht Musik? Vielleicht irgendwelche Auseinandersetzungen schon am Frühstückstisch? Was hast du an Worten mitgenommen in deinen Alltag? Hier heißt es, nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Das ist die Grundlage, von der wir aus in unseren Alltag starten. Wir wissen ja gar nicht, welche Situationen und Herausforderungen heute kommen werden. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, auf welcher Grundlage wir stehen und wir nehmen das Wort Gottes mit in unseren Alltag, mit in heute, mit in die Situationen, die wir noch heute durchzustehen haben. Aber wenn wir das im Gepäck haben, das Wort Gottes im Herzen haben, in unserem inneren Menschen aufbewahrt haben, dann werden wir ganz anders durch die Herausforderungen durchgehen. Weiter heißt es dort im Text, sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wenn du heute schon gestartet bist mit wirklich großen Schwierigkeiten, mit Unvergebenheit, mit Vorwürfen, mit unguten Worten, mit all diesen negativen Dingen, dann kannst du ganz schnell jetzt zu Gott kommen und sagen, vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Und Gott ist treu. Das ist das Versprechen, die Verheißung seines Wortes, dass er treu ist, dass er uns alle Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vergib alle meine Schuld. Das ist heute genauso wichtig wie gestern und es wird morgen vielleicht wieder nötig sein, dass wir Worte mit uns nehmen, die diesen Raum der Vergebung in uns öffnen. Und der dritte Aspekt in diesem Vers heißt, wir wollen die Frucht unserer Lippen als Lobpreis darbringen. Die Frucht unserer Lippen ist Lobpreis, ist Dankbarkeit. Wir starten in unseren Tag mit Dankbarkeit, mit dem Fokus auf Gott, ich danke dir, dass du dabei bist. Herr, ich danke dir, dass der Tag durch deine Hände läuft und gesegnet ist. Ich danke dir, dass alle Dinge mir zum Besten dienen werden. Ich danke dir, dass du an meiner Seite bist. Ich danke dir, dass du mir diesen Tag als Geschenk in mein Leben geschenkt hast. Die Frucht unserer Lippen ist Lobpreis. Lass das heute in deinem Herzen bestimmend sein. Gott hat mehr für dich.